Wir sind nicht blind. Und ich meine nicht nur die Muslime, sondern ich meine jeden, der euch aufgedeckt hat. Jeder, der erkannt hat, wie hasssüchtig ihr seid. Und ja, ich meine jeden einzelnen Medienkanal, der die Menschen mit Hass füttert. Jeden einzelnen. Und wir wissen, dass ihr quasi schon über jede Nation schlecht redet. Ja, sogar redet ihr über euer eigenes Volk schlecht. Und das ist die Wahrheit. Ihr möchtet sagen, jeder Muslim ist ein Terrorist und Terror wäre vom Islam. Wodurch die, die Verstand besitzen, wissen, dass der Islam rein nichts mit Terror zu tun hat. Natürlich gibt es überall schwarze Schafe. Und ihr möchtet uns sagen, dass jeder Deutsche ein Nazi ist. Das ist doch das, was ihr uns im Kopf predigen möchtet. Aber ich lasse mich nicht drauf ein. Nein, ich lasse mich nicht drauf ein. Jeder, der Verstand besitzt, möchte und wird sich nicht darauf einlassen. Sei er jetzt Muslim oder nicht. Niemand möchte sich darauf einlassen, dass ihr ihn auf jemand anderes hetzt. Oder jemand anderes auf ihn hetzt. Und jeder einzelne von uns, jeder einzelne von uns, der dieses Video hier sieht, ist betroffen davon. Jeder einzelne. Und wir wissen das. Deswegen, ich bin Anti-Medien. Ich bin Anti-Medien. Kommentiere mit dem Kommentar, Hashtag Anti-Medien. Und lasst uns zusammen gegen diesen Hass, der in den Medien geschirrt wird, agieren, teilt das Video, verbreitet es viral. Und Inshallah werden dadurch viele Augen geöffnet. Denn ich möchte nicht, dass die Menschheit wegen euch versagt.